Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's play The Walking Dead mit mir, Elo. Ja, Episode 4 steht an. Around Every Corner in Savannah. Ist ja schon noch was passiert jetzt im Zug als letztes. Aber zum Glück kriegen wir ja in guter amerikanischer Manier noch schnell einen Rückblick. Ja, wer auch immer da Clementines Eltern hat, aber woher weiß der, dass wir in die Stadt kommen? Das ist ja eigentlich auch schon wieder das komische. Previously on The Walking Dead. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Now, what the fuck's the problem? Hmm. Just get in. I'll figure out what to do with you. I was trying to protect all of us. Holy shit. She's stealing the RV. I don't know much about you folks, but I can tell you sure as the sun's gonna come up tomorrow, Wenn y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay, and, well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! You son of a... I can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether the lead wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Vor allen Dingen, woher weiß der, dass wir jetzt nach Savannah kommen? Das ist bestimmt von der NSA. Oder von Facebook. Und überwacht uns alle die ganze Zeit. So, also der Zug rollt ein. He's blocking that. He's blocking that. So, wir stehen in den Vororten. Nein, offensichtlich sind wir schon weiter drin. Jefferson Street. Ja, so urbaner Raum ist auf alle Fälle nicht ganz ungefährlich. Hm, Clem guckt die ganze Zeit auf ihr... Can't I just hold it? Hehehe, ich bin auf alle Fälle. Hehehe, ich bin auf alle Fälle. Es ist gut, dass du auf die Straße verletzt. Okay, sorry. Wie ist Omeed? Er ist ziemlich schlecht. Ich bin gut. Du musst dich schreiten. Du musst dich schreiten. Ja, das ist richtig. Kenny, warte. Kenny, verdammt! Ich sagte, warte! Omeed muss ein Geheb. Gib ihn einen Moment. Wir sind fast auf dem Wasser. Fast auf den Booten. Dann wird es nicht helfen, um nur einen Moment zu stoppen. Ach, Kenny. Okay, Kirchenglocken, Kirchenglocken ist nicht gut. Lärm ist nicht gut. Vielleicht ist die Stadt nicht so tot. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Hmm. Gute Frage, also. Someone's up there! Are you sure? I don't see anything. Hey! Hey, you up there! Dammit, Lee! Keep quiet! You're gonna... If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Who is this? Is that you up in the bell tower? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? Oh, now we can see the whole walker. It tolls for thee. Oh, yeah. Oh, yeah. Everybody run! Come on! Come on! Come on! Oh, no. I can't do anything. Oh, no. Not bad with the jord. Die! Little too close. Don't you think? Big! No, Bev! Help her! Goddamnit! Nooo! Move the hell out of here! I'll catch up with you! Move your asses! River Street's right up ahead! That's not all! I'll give me a fucking break! Wait! Where the hell's Chuck? Shit! He's in trouble! We gotta help him! Give him no time! We gotta go! Now! I'll be fine! Just go! I'll get the door open! Shit! It's gonna get infected! We gotta get him inside! Clean him up! Kenny, how's that door coming? I'm working on it! I'm working on it! We'll work faster, would you? It won't be long before those things outside figure out where we went! You know they can smell blood! Let me see if I can find us away here! Okay! So, Ben vollpöbeln? Ben is echt ne Vollpfeifer! Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Nein! Nah, they didn't see us! We were too fast for them! I can still hear them out there! It sounds like they're getting closer! Nein! It's just your imagination! I'll feel safer when we're inside the house! Yeah, it does this for a while! How's he looking? I'm alright! You're not alright! You've reopened your wound! You're losing blood! And God only knows what might have gotten in there! It could be infected! It could be- No offense! But you really need to work on your bedside manner! Hehehe! She's just worried about you, man! Don't worry! We're gonna get you fixed up in no time! Just as soon as we're inside, okay? Okay! Thanks, man! Please go and help Kenny! We need to get him inside! Now! I'm on it! Just sit tight! Hey! I'm not going anywhere! Okay, but there's so nirgends and nirgends. Okay, we'll gucken mal... Woah... Okay, there's a hundehütte and a hundegrab. Uh-huh... Looks like something was buried here. But what was buried here... ...bleibt not in the earth. That's not good. Also, there's like a untot dog in there, right? I'm not thirsty enough to drink that yet. Okay, we've already got some... Spaten... The shovel is never not useful. Okay... Okay... ...can man in the untoten... What is that? Schl... Schlüssel... You think maybe someone's still inside? Nah... We'd have heard from him by now all the racket we're making. But whoever was here did a pretty good job fortifying. Nice place to hole up. We could just figure out how to get in. Hey, how are you holding up, man? Lee, I appreciate the interest. But I don't think talking about my feelings right now is gonna help us get inside the house. Yeah, he doesn't want to talk about his feelings, he just wants to go in. How's it coming? Have you found a way in yet? The door is locked up tight. Too heavy to force it without making a whole lot of noise. Maybe there's a better way in. Well, if there is, I ain't seen it. Maybe you should have a look around. See what you can find. What's this? Looks like there's some kind of pet door here. Okay. I tried it already. That's locked too. Okay. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighborhood wouldn't just like that. It's radio controlled. The dog wears a collar with a chip in it. So the door only opens when the dog gets close to it. Okay, also... Every day is a school day. Every day is a school day. Alright, so... Where's the dog? Okay, the Hund is there hidden begraben. Then we can go out buddeln and his Halsband nehmen. But first... Ben. Ben. Kleiner Feigling. How do you think Kenny told him about it? I don't know. It's like all he can think about is finding a boat. He definitely doesn't want to talk about Katja and Duck. At least not with me. Maybe we should just let him deal with it in his own way. I would also not want to talk about Katja and Duck in one of these windows? And I don't think so. Whoever owned this place had them all barred up. Yeah. Looks pretty solid. I'm gonna go check things out. Okay, then buddeln I'll take the dog out. Maybe. Guck mal, ob das was wird. Ja, genau. Das ist nämlich auch das, wovor ich am meisten Angst habe. What's going on there? Ja, aber es ist sicherer. Oh. So, okay. Oh, Gott, der Schmell. Oh, hack ihm nochmal den Kopf ab. Hm, 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 hm. Okay. Also mit Krista ist vielleicht auch irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Ich würde ja den Spaten jetzt am liebsten auch wieder mitnehmen. Aber es ist wichtiger, dass wir jetzt nach innen kommen. Okay. 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 Und, und, und. Na gut, über die Zäune können sie ja nicht klettern. Na gut, über die Zäune können sie ja nicht klettern. Let me see if I can reach up in there. Be careful man. Hm. 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 Was vorab zu sehen. Hm. Clem ist schon drin. Clem! Goddammit, get back here! Clementine! Hm, jetzt geht die Tür gleich auf. Hoff ich. Oder du spielst zu Ende. Hm. Hm. Vielleicht sollte es ja nicht laufen. Vielleicht sollte es ja nicht laufen. Hm. 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 Komplett ausgeräumt. Dann hätte man doch einfach durch die Glasfront da gehen können. Vor allem jetzt sieht man, wie schlecht die Fenster zugenagelt waren. Da ist der Hund. Ja, das könnte nämlich auch sein, dass das der selbe ist, der das Radio ist. Der Hund benutzt hat auch der, der in der Veltkirche gehört. Ja, es ist... Ah, ich denke auch, die helfen uns. Zumindest dieses eine Mal haben sie uns geholfen. Ob sie uns dann natürlich beim nächsten Mal noch helfen, ist ein anderes Thema. Und sie wollen uns nicht wissen, wer sie sind. Ich kann mir keine Erklärung für das, die ich fühle mich besser fühle. Kannst du? Oh. Wir müssen sicher, dass Chuck okay ist. Als es kaltiert wird, wir alle nach dem Wasser gehen. Wir sehen, ob wir ihn finden können. Entschuldigung? Ja, das ist... Was will ich mit dem Boot? Das ist auch keine Chance. Ich fühle mich besser, wenn wir das sicher wissen. Wir müssen das gesamte Haus checken. Ja, das stimmt. Okay, gut. Du und ich, wir gehen die upstairs. Lee, du hast es hier. Mache sicher, dass du jede Tür checken. Entschuldigt? Okay. Wer hat denn Kenny jetzt zum Boss gemacht, auf einmal? Kann ich helfen? Was ist, wenn es noch eine lockte Tür gibt? Ich denke, dass du genug bist für einen Tag, Kind. Okay. Ein Glas... Ein riesen Glasfenster? Äh... Okay. Alles ausgeräumt schon. Alles ausgeräumt schon. Okay. Okay. Uh... Nothing. Water's off. Gibt noch Hundefutter leckeres? Mmh... Ja, ich meine besser als nichts. Ja, das ist noch eine Mikrowelle. Auch kein Strom mehr. Ah, ich glaube, dann würde ich den Kühlschrank gar nicht aufmachen, oder? Ach, nein. Okay. Der Hund hieß also Walter. Hehehe. Er hat wahrscheinlich einem kleinen Jungen gehört. Oder einem kleinen Mädchen. Ich konnte es nicht genau sehen vorhin. Kratzsporen. Okay, ich hätte jetzt das als Kratz... äh... Kratzsporen interpretiert, aber okay. Hehehe. Hehehe. Ich hoffe, wir werden nie zufrieden genug für das Essen, dass das zu essen beginnt. Ist im Normalfall auch nur Getreide. Ich bin nicht so wütend. Sonsten, dass ich zu Ende die drüben schauen muss. Also zumindest zu großen Teilen Getreide. Das Hundefutter aus der... Äh... aus dem... Also dieses Trockenfutter. Tür. Knarre. Knarre Tür. Und ich werde angegriffen von einem Mob. Okay. Hä? Das ist so verfacht an Klemmen. Ich hoffe, dieses Haus ist sicher. Ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Naja. Ich weiß nicht. Oh, wo geht's um das Bein? Hm. Ich weiß nicht. Oh, wo geht's um das Bein? Hm. Okay. Also nach oben. Huiuiuiui. Nach oben. Nach oben ist aber auch... Da ist noch eine Tür. Oh, eine Flasche Whisky. Können wir Chuck mit anloggen. Hm. Hm. Du solltest dir auch nicht trinken, nur einstecken. Adventure. Immer alles einpacken. Hä. Hä. Okay. Also... Den können wir versuchen irgendwo gegen zu schieben im Notfall. Musta stop working a while ago. Okay. Aber nichts Außergewöhnliches. Zumindest bis jetzt. Hier haben wir jetzt noch eine Tür. Ein Foto. Das war ein junger auf alle Fälle. Noch eine Tür. Und Walter, Walter ist auch drauf auf dem Bild. Na gut. Da haben wir zwei Türen. Verschiedene Bilder noch. Naja. Irgendwann runtergeschmissen. Ja, das stimmt. Und auf alle Fälle oben noch, wo wir uns umgucken wollen und sollen. Aber die Folge ist auch rum. Ähm. Das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.